Falls Sie sich dafür entschieden haben, das Aufstiegs-BAföG zu beantragen, ist dieses Video hier für Sie super wichtig. Das Gute ist ja beim Aufstiegs-BAföG, man bekommt potenziell eine Menge Geld geschenkt. Das Schlechte ist, man muss einen sehr komplizierten Antrag stellen. Dafür sind drei Formblätter sehr relevant. Das Formblatt A, das Formblatt B und das Formblatt Z. Ich erkläre Ihnen in diesem Video ganz leicht, Schritt für Schritt, was bei den jeweiligen Formblättern wichtig ist. Und wir fangen an mit dem Formblatt A. Das ist das, was Sie selbstständig ausfüllen müssen. Und bitte achten Sie darauf, alles, was jetzt folgt, bezieht sich beispielhaft auf unseren Lehrgang zum Fachwirt. Das bedeutet, wenn Sie woanders den Antrag machen müssen, also für einen anderen Weiterbilder, da warten Sie dann lieber auf das Formblatt B von Ihrem Lehrgangsanbieter, damit Sie dort Daten übertragen können. Sie werden gleich sehen, was ich damit meine. Also, los geht's. Es startet erstmal ganz grundsätzlich damit, dass Sie eben beantworten sollen, bevor der eigentliche Antrag startet, ob Sie bereits Aufstiegs-BAföG mal bekommen haben. Und da müssen Sie dann wahrheitsgemäß antworten, damit eben, ja, nicht am Ende Leute Anträge stellen, die dafür gar keine Berechtigung haben oder die vielleicht vorher sich schon mal nicht an die Regeln des Aufstiegs-BAföG gehalten haben. Jetzt geht's aber los mit dem eigentlichen Antrag. Abschnitt 1. Ich beantrage die Förderung für folgende Fortbildungsmaßnahme. Da geht's eben darum, was machen Sie überhaupt für eine Weiterbildung und wo. Zuerst geht's darum, was die Weiterbildung überhaupt ist, auf welchen Abschluss das vorbereitet. Das wäre bei Ihnen der Wirtschaftsfachwirt IHK in diesem Fall. Veranstalter, das wäre in dem Fall unser Unternehmen zum Fachwirt, beziehungsweise ausgeschrieben quasi Family Office GmbH. Das sehen Sie dann aber auch auf dem Formblatt B, beziehungsweise in unserem Impressor. Telefonnummer, damit die Förderstelle zur Not auch anrufen kann. Der Beginn der Maßnahme wird Ihnen entweder vom Weiterbilder vorgegeben oder, bei uns ist es so, beginnt damit, dass der Kurs ausgeliefert wird. Also in dem Moment, wo Sie den Lehrgang kaufen, beginnt auch die Maßnahme direkt. Und sie endet automatisch zwölf Monate später. Also wenn Sie am 1. Juni den Kurs erwerben, am 1.6.2025, dann endet das Ganze ein Jahr später, am 1.6.2026. Bereitet der Lehrgang auf einen weiteren Abschluss vor? Nein. Jetzt haben Sie also gesagt, um welchen Lehrgang es geht, wo Sie den machen, in welchem Zeitraum. Jetzt geht es darum, wer sind Sie überhaupt? Wer ist die antragstellende Person? Die ist in der Regel auch die Person, um die es in dem Antrag geht. Wenn Sie das für Ihr Kind zum Beispiel machen, dann gibt es gleich im dritten Punkt noch etwas, was Sie ausführen müssen. Aber derjenige, der den Antrag stellt, gibt hier eben an, wie heißt er, wo wohnt er oder Sie. Oder wenn man divers ist, dann eben divers. Und hier füllen Sie alles aus, bis auf eine Sache. Zumindest, wenn Sie einen Ferndergang besuchen. Da ist nämlich die steuerliche Identifikationsnummer nicht nötig, dass Sie die angeben. Das bezieht sich nur für Vollzeitmaßnahmen, weil man da noch mehr Förderung bekommt, nämlich auch noch für den Lebensunterhalt. Ansonsten sind das hier, denke ich, recht klare Punkte. Sie wissen, wo Sie wohnen, wie Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse ist. Falls man nicht selbst der ist, für den der Antrag ist, also wenn man es zum Beispiel als Elternteil für sein Kind macht, dann muss man hier schreiben, an wen der Bescheid gerichtet werden soll. Punkt 4 ist einfach nur Ihre Bankverbindung, damit die Fördersumme eben dorthin überwiesen werden kann. Ein Fortbildungsplan, den können Sie mal aus dem Formelblatt B entnehmen, zu dem wir später kommen. Da trägt nämlich Ihr Lehrgangsanbieter genau das ein. Für meine hier beantragte Maßnahme habe ich beantragt oder halte ich zusätzlich zum AFBG. Das ist hier eben einzutragen, wenn Sie zum Beispiel ein Stipendium oder irgendetwas bekommen würden. Das wäre dann hier in Zeile 35 als Begabtenförderung einzureichen. Falls Sie später, meinetwegen ein Jahr nach Ausstrahlung dieses Videos, so einen Antrag ausfüllen, da kann es immer mal wieder sein, dass die Zeilennummern sich geändert haben. Im Wesentlichen, inhaltlich bleibt es aber gleich. Genau, dann diese folgenden Punkte sind für Sie im Grunde genommen egal, außer Ihr Arbeitgeber erstattet auch einen Teil der Kosten und so weiter. Das ist, denke ich, selbsterklärend. Teil 7, ob die Maßnahme in Abschnitten stattfindet und so weiter. Hier wäre es bei uns als Fernlehrgang, müssten Sie hier anklicken. Außerdem können Sie beantragen, dass die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren für die IHK eben mitgefördert werden sollen. Zelle 42 und 43 hier ist in dem Fall nicht möglich. Das bekommen Sie nicht. Dann geht es hier nochmal um Ihren persönlichen Werdegang. Und alles Weitere bezieht sich nur auf Vollzeitmaßnahmen. Damit haben Sie dann auch Formulat A gut genug ausgefüllt. Diese ganzen Punkte hier, das geht alles nur für Vollzeitmaßnahmen. Und am Ende setzen Sie Ihre Unterschrift drunter und haben damit das erste Formulat, das Formulat A, schon mal geschafft. Super, war gar nicht so schlimm, oder? Dann wenden wir uns jetzt dem zweiten Formulat zu. Das ist nämlich das Formulat B. Hier müssen Sie eigentlich gar nichts großartig machen. Sie geben nur Ihren Namen an, wann Sie geboren sind, wo Sie wohnen, vielleicht noch die Behörde, wo Sie einen Antrag stellen müssen. Dazu haben wir Ihnen in dem zugehörigen Artikel zu diesem Video auch den Link mit reingesetzt, wo Sie herausfinden, wer für Sie zuständig ist. Und dann schicken Sie das an den Weiterbilder. Also wenn Sie den Lehrgang bei uns machen, schicken Sie das Formulat B dann zu uns. Wir füllen dann nämlich den ganzen Rest aus. Wie wir heißen, was die Anschrift ist, was es genau für Punkte zum Kurs gibt, die zu beachten sind. Unser Kurs zum Beispiel findet nicht in Abschnitten statt, wie viele Stunden vorgesehen sind und so weiter. Das wird dann hier alles unter Punkt CE Fernunterrichtslehrgang ausgefüllt, dass monatliche Leistungskontrollen wichtig sind. Die müssen Sie dann auch tatsächlich erbringen, damit das Aufstiegs-Bafög nicht zurückgezahlt werden muss. und allerlei andere Dinge, für die Sie nicht zuständig sind. Sie bekommen das dann einfach von uns oder von Ihrem Anbieter zurückgeschickt und reichen es dann zusammen mit dem Formulat A und dem Formulat Z an. Zum Formulat Z kommen wir jetzt noch schnell und dann haben wir es auch schon geschafft. Hier beim Formulat Z haben Sie auch wieder nur, ich weiß, es ist alles ein bisschen doppelt und dreifach, aber hier müssen Sie nur noch mal die grundlegenden Daten reinmachen, nämlich wie sie heißen, wo Sie wohnen, dass Sie den Wirtschaftsfachwirt eben machen wollen, und wo Sie ihn machen, von wann bis wann, wie gesagt, das sehen Sie dann aus dem Formulat B beziehungsweise eben können Sie auch mit dem Kaufdatum hier abgleichen. Wenn Fragen sind, gilt immer, schicken Sie uns eine Mail an support.at zum Fachwirt.de und dann können wir es klären. Und genau, dann geben Sie es an die Prüfungsstelle, das heißt an die IHK vor Ort. Die muss nämlich jetzt bestätigen, dass Sie die Voraussetzungen erfüllen. Deswegen machen Sie das direkt mit der Zulassung oder wenn Sie die Zulassung vorher schon eingereicht haben, dann bitten Sie darum, dass das hier eben auch entsprechend noch mal ausgefüllt wird. Damit bestätigt die IHK einfach nur noch mal gegenüber der BAföG-Stelle, dass Sie wirklich berechtigt sind, die Prüfung abzulegen. Und das ist natürlich klar, die Förderstelle fördert Sie nicht mit Aufstiegs-BAföG, wenn Sie gar nicht die Erlaubnis hätten, die Prüfung auch ablegen zu dürfen. Ja, also dieses Formel Z geht an die IHK und sobald die das wiederum unterschrieben hat, manchmal in verschiedenen Bundesländern, glaube ich, macht sogar die IHK auch die Antragstellung mit. Da müssen Sie noch mal schauen, wie das vor Ort bei Ihnen geregelt ist. In jedem Fall unterschreibt Ihnen das hier alles, füllt Ihnen das aus und gibt Ihnen das dann wieder zurück. Und mit dem Formel A, dem Formel B und dem Formel Z haben Sie dann auch schon alles, was Sie eben entsprechend bei der Förderstelle einreichen müssen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, schreiben Sie es unter das Video, beziehungsweise wenn Sie Kunde bei uns sind, immer gerne an support.fachwirt.de, dann helfen wir Ihnen da gerne weiter. Und ansonsten verlinke ich Ihnen unten auch noch mal den generellen Artikel zum Thema Aufstiegs-BAföG, wo abseits von diesen Formblättern eben alles weitere, was man darüber wissen muss, auch erklärt wird. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und dass Ihr Antrag natürlich positiv durchgeht. Bis zum nächsten Video.